Vorschau Berlin Tag und Nacht Folge, 2575, 2576, 2577, 2578 Ge, 2575, Miller nervt Amelie mit blöden Sprüchen. Während sie sich über die Kommentare ihrer Mutter aufregt, schießen ihr wieder die Bilder von ihrem peinlichen Bananenflirt fehl in den Kopf. Es kommt, wie es kommen muss und Danny bringt zu ihrem Treffen als Snack Bananen mit. Peinlich berührt spricht Amelie ihn auf die unangenehme Situation an. Jedoch klingelt es bei Danny überhaupt nicht. Amelie schämt sich total. Kann Danny die Situation noch retten? Folge, 2576, aus Höflichkeit verschiebt Ole den geplanten Wellness-Tag, damit neben Mandy auch Basti mitkommen kann. Tegeste kommt sehr gut an. Als sich der Ausflug allmählich dem Ende zuneigt, verbringen Mandy und Ole noch ein paar ruhige Minuten zu zweit. Raschend gesteht Mandy ihm, wie viel er ihr bedeutet. Die beiden haben Sex und Ole glaubt, schon bald wieder der einzige Mann an Mandys Seite zu sein. Lässt Basti sich so leicht abhängen? Ge, 2577, der Gio wegen des erfundenen Außentermins nicht völlig ausrastet, hat Nino noch Hoffnung, glimpflich davon zu kommen. Punkt. Das ändert sich schlagartig, als die Polizei die Werkstatt durchsucht. Die Aktion bringt das Fass zum Überlaufen und Jo setzt Nino vor die Tür. Gegenüber seinem Bruder muss Nino versprechen, sich endlich am Riemen zu reißen. Punkt. Nach einem weiteren unangenehmen Treffen mit Boris plagen ihn jedoch Zweifel, wird er es ohne Hilfe packen? Folge, 2578, als Toni mitbekommt, dass Patrice vorhat, allein in ein anderes Land aufzubrechen, ist sie schockiert. Doch er ist wütend auf Toni und lässt sich nicht umstimmen. Das ändert sich erst, als Connor Patrice klar macht, was er alles zu verlieren droht. Toni hätte nicht mit dieser Unterstützung gerechnet und bedankt sich für Connors Einsatz. Sie hofft, der gemeinsamen Zukunft mit Patrice in Deutschland wieder näher gekommen zu sein. Wird er bleiben? Untertitelung des ZDF, 2020